Guten Tag und holen wir unsere Axt. Ich habe die die Sphärmung. Ich habe die Sphärmung. Prima oder Tata? Okay, das ist die Hör. Da hat er schnell ein Föhr. Eleanor, ich verbringe die Vormittagen im Frühling gerne im Gartenweg. Er ist in der Nähe, du hast die Gegend schon gesehen. Sie ist unvorstellbar prächtig. Ich liebe es, wenn im Frühling die Pflanzen wieder zum Leben erwachen. Heilchen? Ja, danke! Nein, da zuhört! Gibst du mir meine Axt trotzdem heute? Nein. Hast du schon mal etwas über die hiesigen Sagen gelesen? Die sind echt gut, ob du es glaubst oder nicht. Ich schätze, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich sehe keinen Grund, wieso diese Sache nicht wahr sein sollte. Nein. Entschuldigung, wir haben mich nicht mehr. Nein. Nein. Die Kamera hat sich nicht mehr an. All right. 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 All right.